Salve, liebe Metal-Pelaten-Freunde! Heute ist Sonntag, der 27. Juni. Nach wie vor bin ich unterwegs auf dem Metal-Pelaten linksrum in Deutschland zugunsten der Wacken Foundation. Mit dieser Aktion möchte ich Musiker und Künstler unterstützen, den Nachwuchs fördern und natürlich die Auswirkungen der Corona-Pandemie abmildern. So, heute am Sonntag ist nochmal der Manfred dabei, seine letzte Etappe, die wir gemeinsam hier fahren. Wir fahren von Rötz nach Waldhaus, Rötz in der Oberpfalz, Waldhaus an der Grenze zu Tschechien. Wir sind jetzt dann Mittag zum Lunch eingeladen von der Martina aus der Events-Gastro Ems in Rötz. Da waren wir gestern, die haben auch den Metal-Pelaten mit einer Spende unterstützt, hat mich sehr gefreut. Die treffen wir jetzt am Silbersee, die sind dort in einem Kano unterwegs. Da sagen wir noch hallo, vielleicht essen wir noch einen Happen und dann geht's am Nachmittag in die letzte Etappe nach Waldhaus, wie gesagt. Der Song oder respektive sie haben sich was gewünscht von ACDC. Nachmittag, die letzten zehn Kilometer auf dem Metal-Pelaten für heute. Eines kann ich sicherlich sagen, weil sie eine Ruhe haben wollen, der macht Urlaub in der Oberpfalz. Es ist von der Landschaft her natürlich sensationell. Super ruhig, wahnsinnig Start. Leider hat auch die Gastronomie selbst am Sonntag geschlossen, was sicherlich noch Auswirkungen in der Corona-Pandemie sind. Man macht das Beste daraus. Irgendwo gibt's dann auf alle Fälle was und jetzt geht's noch die letzten zehn Kilometer, wie gesagt, in die Unterkunft. Und dann machen wir früher Feierabend am Sonntag und genießen bis dahin auf alle Fälle noch den Oberpfälzer Wald. Also dann, ich melde mich wieder morgen am Montag auf der nächsten Etappe. Neues Spiel, neues Glück. Bis dann. Und dann, ich kann, die Fingers begren. Und das ist was wir nicht sagen. Lass das Elbe sein. Lass das Licht. Soons. Rums. Guitars. Säger. Säger. Säger.